wir drücken die weiter wir drücken die weiter geht weiter über die flanken die weiter beflanken die sind hier im norden sind sie gefahren die sind norden im chokepoint im norden sind sie mit dem chokepoint geht da an die seiten vom hügel geht ihr an die seite vom hügel und ballert auf den hügel rauf und ping zieht weiter auf dem chokepoint bleibt am chokepoint nicht nicht ein schockpunkt pushen einen auf dem chokepoint raufballern die ballern vom norden gerade runter passt auf klickt die leute in uns drinnen das sieht super aus das sieht super aus wenn nach hinten gehen verhielt weiter jetzt erst mal single target schaden machen action party geht links um den hügel um action party geht links um den hügel um links um den hügel guckt dass ihr in ihren rücken kommt der rest kommt zu luxi bitte der rest kommt zu luxi halten unsere es wir pushen gleich in hügel hoch in ungefähr zehn sekunden wenn action in position ist die laufen okay richtung terry okay nevermind dann kommt den hügel hoch kommt den hügel hoch kommt den hügel hoch wir folgen wir folgen jetzt terry jetzt guckt ist gut ist die kommt gleich ist die kommt gleich ist die kommt gleich kakakom alle jetzt können nach norden direkt sprinten und holen können was geht aufs terry aufs terry aufs terry push das terry geht 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 wirklich die guckt dass er in der safe bleibt für jeden weiter drücken jungs nicht stehen bleiben schock nicht stehen bleiben schock weiter drücken nordwesten nordwesten im terry nordwesten im terry ok kommt einfach rein kommt rein über die süd westkante drücken jetzt mit der weile weiter damit wir uns terry guckt dass ihr auch die außenwege vom terry nimmt wenn die hilfs braucht bleibt weiter zurück einfach gibt hier gerade kein grund sich zu zu sein noch einige force hier unten direkt an der südkante ja dann bleiben wir an der südkante dann nicht so weit ins terry mehr pushen dann einfach alles waren terry im süden aufräumen von terry südkante von terry dass er noch einiges habe ich leider nicht gesehen alles jetzt aus dem terry süd ostkante terry go 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 das sind ungefähr noch 30 leute weiter nach außen pushen weiter nach außen pushen ist der perj wo ist links oja ich sehe es ok echt noch viele wege wirkeiten soll haben sein das siegen wieder ins terry nach süden südkante kommt mal zusammen wieder wir halten uns die es ein bisschen weil das server lex gerade wir pushen nicht weiter ins terry kommt noch sehen kommt noch sehen kommt noch sehen wir bleiben jetzt an der südkante ist ja was wird immer noch was wird den gas auf kommt nach süden ist aus dem terry raus alle mal zusammen kommen alle mal zusammen kommen was wir diesen scheiß machen hat jemals an die co cycle reit mit ins andere terry ok action party link ist link ist linke kante der rest bleibt hier linkes kantengate die mutter links raus die mutter links raus posten von süden ist terry nach nordwesten bekommt da bis ins land nach nordwesten auf linke geld von terry aus linke geld von terry alles kalt kommt haltet die melde die alles am ausgang halten was geht achtung auch nordöstlich sind von uns noch genügend nicht decken bei posten nicht nicht mehr pushen nordosten wird jetzt rein engaggen uns haltet ihr auf und zieht nach süden bisschen der rie ist hier ist der fall davion nicht so weit nach nord position terry post nach links raus wenn ihr könnt fuchs nach links raus wenn ihr könnt wir ziehen nach 7,000 terry rau sich 7.000 terry raus wieder die nach welchen wie das terry raus guckt das nicht zartsteckt mehr action kannst du südlich um den hügel der hügel links vom ping ich will da gleich in ungefähr 15 sekunden alles drauf haben in zehn sekunden in 5,4 die laufen jetzt nach links raus der kleine postteam ist am unteren terry geldt auf die wo es rauskommen noch nicht mehr hat angeschaut richtung west der richtung west der kommen wieder ja kommt nach süden kommt nach süden jungs kommt mal bitte gruppen gruppe bei mammut lauf bis sie unser mammut seht tony ray Tony, bleib mit Luxy Tony, Tony, bleib mit mir Bleib mit mir Ich brauch wieder alle bei mir hier Ihr läuft gerade zu weit nach Norden Eicher und Holger und so Bleib mal bei Mammut Lasst ihn wieder runter Ich mach auch gleich wieder einen Timer für die Beatles Okay, let's pull them south Let's pull them to the choke in the south Komm, komm, south, 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 south Action, DM1, Luxy, please It's hard for me to keep track of him Can't right now Antenius so wird auch Wir bleiben jetzt hier stehen zwischen den beiden Hügeln Lasst sie hier zwischen die Hügel kommen, lasst sie schön zwischen die beiden Hügel kommen Äh Tatwaffe, check mal bitte das richtige Terry aus Und Edzog Okay Okay, weiter zurück, weiter zurück Und dann konnten wir gleich Nordwesten gleich mit allem In ungefähr 8 Sekunden Weiter nach Süden Und dann nach Nordwesten gleich sprinten In 5 In 4 Okay, die kommen nicht, die kommen nicht, die kommen nicht Die kommen nicht Ihr müsst die beiden kommen lassen Wir haben das Boss Team gecleared Okay Okay, würde zurück Die rotieren links rum, oder? Die rotieren links rum, oder? Ja, ja, ja Ja, dann auch nach Südwesten, dann Südwesten, Jungs Südwesten, Südwesten Paar Flecker können recht bleiben, natürlich Die rotieren gerade zur Direction Die, ja, die rennen gerade zur Terry, lauft weg Lauf nach links Nein, wir kommen, wir kommen, wir kommen Nein, nein, wir sind bloß 5 Leute Okay, sorry Okay, sorry Ich, äh, kann mir jemand pingen, wo gerade deren Center ist? Ich seh's nicht Okay, der linke Blob komplett Die sind komplett gesplittet Ich lauf gerade in denen mit Und hier Ich auch, ja Alle, okay Wir laufen gerade straight Westen Wir kriegen so einige Backliner gecatcht, aber deren Core ist noch vor uns, ungefähr zwei Bildschirme Skull Mute, bitte Lauf weiter Südwesten Die turn, die turn, die turn Achtung, Achtung, dann in die Breite gehen Ihr kontern gleich komplett, ihr kontern gleich alles nach Südwesten In 5 Sekunden In 4 Sekunden In 3 In 2 In 1 Jetzt push Südwesten Komm, 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 komm Push Südwesten, bis ihr die Backline seht Bis ihr die scheiß Backline seht Kommt die Frontline mit Kommt weiter Südwesten Kommt weiter Südwesten Lauf durch Südwesten Lauf durch Südwesten Lauf durch hier durch Lauf über die Rüber Lauf über die Rüber Nicht decken, nicht decken Lauf über die Rüber, bitte Einige hier oben auf dem Hill Weiter Südwesten Weiter Südwesten Im Norden ist jetzt gerade auch wieder eine 20er Party Handle Aber wir laufen weiter nach Süden erstmal Haben wir irgendwo Vision wieder auf eine größere Party? Ich sehe gerade wieder nur vereinzelt Überall verteilt Hier unten ist auch bloß alles freundlich Geh nochmals rechte Terry checken Ja aufpassen Können wir on Ping On Ping gleich klippen In 5 Sekunden In alle Richtung Ping hier In 4 In 3 In 2 In 1 Das ist Südwesten von mir von Ping jetzt alles Westen Alles Westen Komm 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 Westen Westen Jungs Westen mit Rauben Um was zu treffen Weiter nach Westen Weiter nach Westen Das ist der Kamler Das ist der große Kamler in Westen Schön Holy shit, wir are raping them Pass auf, pass auf Nicht decken beim Puschen Der ist noch clear Jo haltet euch weiter Südwesten Halte euch weiter Südwesten Halte euch weiter Südwesten Lauf weiter Südwesten durch Nehmt ihr hier mit Komm weiter Südwesten Bis ihr die Road seht Weiter Südwesten bis zur Straße Bis zur Straße Komm 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 Das ist meine Angabe Norden ist einiges Norden Ich weiß hier sind allem Norden Jetzt einfach bis zur Straße Und dann nach Norden gucken ihr klebt gleich dort westen bitte in 8 sekunden und 5 sekunden 4 3 2 1 dort westen von der straße von der straße nord von der straße wir pushen nicht weiter wirklich mal alles bei uns drin einer massenke tages austeilen so viel ihr könnt wir halten position lebt ich jetzt mit guckt auf die scheiß auf dem scheiß boden auf die grünen flächen und teilt einfach so viel schade aus wie ihr könnt wohin rennt der großteil ich sehe gerade schon wieder keine reds bei der straße auf klingen südwesten ist auch einiges dann wir chasen nicht nach nord wir chasen nicht nach nord wir machen alles im süden bitte wir chasen nicht nach nord in 15 leute bestimmt die straße wieder von nord nach süden so langsam ich werde gleich die ae drauf haben straße richtung norden und ungefähr zehn sekunden auf die besammelt sich langsam und ping norden in fünf sekunden vier sekunden kommt weiter an kommt schon viel weiter an die laufen schon wieder süden sie nix im süden ist hier hier ziehen so 20 30 weg ich muss nicht die straße lang ich muss nicht die straße lang versuchen so viel zu catchen wie es geht ich bin hier gerade mitten jedenfalls ich kann nicht okay jungs nach süden straße und dann sagt west sofort zur wand südwestkante vom teleform von cluster sie gerade vom cluster guckt dass er nicht weiter nach nord und push zieht raus hier oben an der straße unten links vom hügel wenn ihr den großen hügel seht links links vom hügel links vom hügel ja da sind ungefähr 30 40 mit mammut und ping und ping direkt den gage wenn ihr könnt und zeit engagen blieb nach westen blieb nach westen und ping pushen wir weiter nordwesten wir pushen wir weiter nordwesten ich mounte auf und check terrys ich mach grad link ist kein team aufpassen die konta natürlich auch aufpassen die konta auch die stack gerade aufpassen die stack die stack ist deckt wir halten unsere es für die nächsten zehn sekunden pushen nach nordwesten mit denen ost von der straße nächsten fünf sekunden nach nordwesten 4 straight northen 3 2 1 straight northen strinden und pushen wenn ihr könnt jetzt nord-nord-nord-a-you-in bis zur straße bis zur straße bis zur straße ok können kann einer mal left over side action party zum rechten terrieren auch wenn es jetzt grad hektisch ist wir pushen gerade weiter die straße hoch zwei drehen mann hier im nord-osten luxe habt jetzt noch weiß nicht zehn leute auf eurer rechten seite die gerade noch nicht weiter nach nord drücken wir klären wieder das zeug was in unserer backline ist klärt aber alles was in unserer backline ist du musst jetzt gerade die straße runter und die gruppe mal die gruppe mal hier worte auf ping-opping gruppen gruppen und hier halten einer an den drinnen stehen bleiben hier halten bei luxe on ping stoni kann ich kann ich nicht okay zum mammut jungs bei mammut sammeln bei mammut sammeln und nicht weiter wir wohnen nach sehen wir wohnen nach sehen und das ist terry checken kommt das sehen kommt das sehen kommt das sehen ich habe ich gesagt wir sind schon leute leute unterwegs kommt weiter nach sehen kommt weiter nach sehen kommt weiter nach sehen schwede da vor dir ist nichts mehr da sind nur noch rot ich bin auf ping ich bin auf ping ich brauche ein paar mehr leute hier ist der rechten crossroad zu rechten crossroad jetzt wenn du die kräfer jetzt ist ein guter zeitpunkt um abzumachen und gibt es punkte rechnen kruz 6 kannst du leaschen wo es wikings hat da an east cool ruf wir brauchen mehr leute hier auf dem easterie wir brauchen echt mehr leute ist ja dann dann ist der remover jungs ist er ist er okay fluffy reiner kommt no fear eines easterie fersing hat übrigens 13 prozent ist er ich schnell klären wie sieht süd terry aus wie sieht der süd terry aus da war kein killteam bis vor kurzem ja dann bitte es kann jetzt aber eins da sein so terry ist geklärt was sind die kids da gerade auf den vikings einzelne vikings edward lauf weg da auf die kommen bin ja und ping ich lauf weiter nach was wird hier los rubber band des todes ich brauche jetzt wir haben jetzt kein killteam im easterie ja refusing und vorne hier und bleib im süden Achtung, die pushen jetzt, Achtung, die pushen jetzt Nach Nordwesten gleich gegen gehalten, nach Nordwesten gleich hartbomben, in 5 Sekunden In 4, in 3, in 2, in 1 kommt Nordwesten jetzt, go 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 go, bitte 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 Alles Nordwesten, in diese scheiß Spite rein, die stehen hier gerade alle so gesteckt Oh nein Osten jetzt, Osten, Nordosten Fokus, Nordosten Fokus Mach die kleine Flankparty im Osten Passt auch von Westen, nicht zu weit nach Norden, macht alles bei uns drin, hier wieder so viele Backliner Achtung, die kontern jetzt gleich, Achtung, die kontern, schön, die stecken, die kontern jetzt Unsere E-Zeiten, die kontern gleich darauf hart, in ungefähr 10 Sekunden In 10 Sekunden nach Norden, in 5 Sekunden alles nach Norden, in 4, in 3, in 2, in 1, nach Norden Pushen, nach Norden, pushen, nach Norden, pushen, go 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 go, bitte, ich mach da Kamerans drinne Die sind so gesteckt, die sind so gesteckt, boot ihr euch Nice Schön, schön Weiter, 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 sehr schön